Hallo, 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 hier geht's für Steckte Fitches, willkommen dazu, Zerber 35 Tagebuch, schon länger neben mir vorbeigeschaut, Hallöche, meine jungen Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Was geht ab? 146, bin hier von der Stufe, ja, nicht schlecht, Top 100, ist okay, wir werden eh irgendwann Platz 1 werden, weil wir sind der großartigste und beste Spieler ever EU-West, beziehungsweise in der fucking World, passt auf jeden Fall. Was geht sonst ab? Wir hatten, glaube ich, einen Kampf letztens gegen, Moment, auch gegen die SEK, haben wir, glaube ich, lockerflockig gewonnen, kein Ding für den King, nochmal, ja, natürlich, da sind wir wieder Babbel und Klapp mit dem Fufi so ein Klub rumgeschmissen, das passt auf jeden Fall, aber wir haben gegen die Klärwerk, ich will mal Klubwerk sagen, Entschuldigung, gegen Klärwerk verloren, das war, glaube ich, sogar gar nicht mal so überragend von denen, beziehungsweise sie kommen so langsam ran, das merkt man auf jeden Fall, und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spitze. Raid-mäßig haben wir 18 von 50, wir können mal eben nachschauen, das Klärwerk hat hier an der Zahl 19, das heißt 2% mehr Lehrmeister, und Goldschatz ist aber alles im grünen Bereich. Wieder da, Schreibwölfchen, wieder da, jawohl. Mein Trank ist gestern ausgelaufen, ähm, ja, ich, ich hab meine Alu gespielt, hab bisschen den Zerber vernachlässigt, in Anführungsstrichen, weil ich in den letzten Tagen so viel Stress hatte, erst am Wochenende war ich komplett nicht da, die ganze Zeit, dann hab ich, wo ich wieder da war, gestreamt, dann, äh, war die Challenge den ganzen Tag, das war echt ziemlich krass, Leute, aber ich hab's geschafft, jedes Mal immer die Alu zu spielen, das passt auf jeden Fall, ich bin grad noch dabei, Alu zu zocken, es ist schon 21.33 Uhr, aber der Lars ist erst sehr spät von Arbeit wiedergekommen, warum? Neue Arbeitszeiten, läuft bei mir, wa? Sehr genial, die Cam wird auf jeden Fall wieder eingeschaltet, hab's hier grad nicht dran, aber auf jeden Fall, in den nächsten Tagen wird's auf jeden Fall wieder regelmäßig Cam-Videos geben, ich hoffe, dass ihr seid okay. Die galten Cam-Videos, hört sich sehr pervers an, es hört sich ultra pervers an. Ich hab ein bisschen Money auf der Hood, mit dem Money-Hood können wir ein bisschen auf jeden Fall es gelohren und wie wäre es denn mal so langsam, diese eklige Maske auszutauschen, was haben wir denn da bekommen? Hallöchen, ich hab auf jeden Fall noch einiges, 60 alle zu spielen, das passt auf jeden Fall, das nehmen wir denn hier, überall kommen Helme, das ist ja wohl hier, das ist ja wohl lächerlich, überall kommen diese Helme. Nehmen wir die kleine Quest auf jeden Fall, klein ist besser, groß ist nicht ganz so geil, also ich rede ja nicht vom Penis, sondern allgemein. Hab mir was ins Klöchen reinzuknallen, da hab ich, glaub ich, immer was reingeschmissen, das sollte passen und ja, natürlich, wir können spielen, wir können spielen, wir können spielen, drückt mir die Daumen, Leute, auch gerne schreiben in die Kommentare, was dabei rauskommt, und eine Epic-Waffe, oh yeah, ein Schild, ein nicht brauchbares Schild, okay, weg damit, ein Geschicksschild, wir brauchen ein Geschicksschild, sag wann braucht ein Kundi ein Geschicksschild, Geschicksschild, übrigens ein sehr interessantes Wort. So Leute, also meine Epics sind so langsam alt, ich werde sie trotzdem tragen, warum, weil Epics allgemein geil sind, nein, wir müssen mal kurz schauen, bei der Hexe, wie weit ist die denn? Die Hexe ist bei 53%, wir brauchen ein Gürtel, hab ich leider nicht, ich hatte vielleicht einen, aber hab ihn aber verkauft, wir greifen mal diesen Kollegen an, verlieren den gegen den Bertigen Boy, das ist okay, Rang 91 mal wieder, und jetzt würde ich sagen, skillen wir den Rest rein, oder holen wir uns eine neue Waffe, äh, nicht eine neue Waffe, eine, einen neuen Kopf, na, scheißegal, Leute. Meine Pilze sagen nein, deswegen soll ich's auf jeden Fall nicht machen. 20% Aktion, wo bist du denn? Ich brauche dich so langsam, 20% Aktion, ich habe einfach viel zu wenig Pilze, das ist nicht mehr schön. So, skillen, 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 172 Tage noch mein Greifendrachen, Mann, das ist ja voll lauert, ich hab's schon dreimal unendlich, na toll, so, 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 okay. So, 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 alles gleiche, mein junger Bärchen. Arena gab es gerade eben gemacht, leider verloren, wir gehen dann auf jeden Fall nochmal in der Gilde, da wird fleißig geschrieben, sehr genial auf jeden Fall, ich find's cool, dass der Chat noch so aktiv ist, aber leider muss man sagen, ihr kennt das ja, 235 ist der neuste Server, und wenn 236 anfängt, werden, denke ich mal, einige Leute wieder aufhören, auf diesen Server, und einige, und es werden auf jeden Fall nicht mehr so viel aktiv sein im Chat, es ist immer so. Wenn ein neues Server kommt, laufen alle hin, das ist genauso wie, wenn ein neues iPhone kommt, will es auch jeder haben, oder sowas in der Art. Na, egal. So, wir greifen mal hier den Schwarzscherl-Bäuche an, beziehungsweise den Skelett-Camp war mitten in der Schwarzscherl-Festung, und der steht hier mit vier verdammten tausend Stärke am Start, der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, und könnte uns besiegen, was der, glaub ich, macht. Ich versuch mal ein paar Pilze zu opfern, Leute, aber ich geh mal so auf 15 Flächen runter, weil sonst ist dieser knackige Boy leider nicht drin, hei, 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 wir brauchen Stärke-Items, und ich bin so doof und hab keine Pilze und kann mir jetzt keine, sorry, Leute, beim nächsten Mal, ich muss Pilze aufladen, werde ich auf jeden Fall machen, muss sie ja eh vor dem Wochenende, also werden wir uns dann beim nächsten Part, definitiv, sagte Lars, heute sehr, sehr gerne, werden wir uns ein paar neue Stärke-Items gönnen, weil so ist dieser Kollege leider, leider, Gottes Willen nicht drin. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz auf einen anderen Server, und zwar auf Server Nr. 12, wo die Challenge ist, damit wir noch ein kleines Update bekommen, also bis gleich. So, da sind wir auf Server Nr. 12, hier die alle schon durch, die war ein bisschen einfacher, warum? Weil ich nur mit Alu gespielt habe, ganz einfach. In der Gilde hatten, da haben wir einen Kampf, da gibt es ein paar Probleme, und zwar hat Schilling auch versehen was gestartet, und zwar eine Gilde angegriffen, die easy, flockig, easy, super, gar kein Ding für den King drin ist. Das ist auf jeden Fall so geklärt, nochmal in den Regeln, wie gesagt, dass wir allgemein nur die Gilden angreifen können, oder dürfen in der Challenge, die auch damit teilnehmen. Das bedeutet, unter den vier Gilden darf man sich angreifen, und so eine Gilde nicht. Also bekommen wir quasi einen Bonus, oder bekommen wir Bonus-XP, und das darf man nicht. Deswegen darf quasi jede Gilde einmal noch so einen Gegner angreifen, dann passt es auf jeden Fall. Genau, hier kommt die Frage von Green. Genau, genau, da gab es ein paar Probleme, schon mal hat es der Daniel nicht mitbekommen, ich habe auf jeden Fall noch mal eine Runde mehr rumgeklatscht, denn sollte das auf jeden Fall passen. Mal am Rand, hört sich nie gut an, so eine Nachricht. Ich schaue da gleich mal rein, was da los ist. Ja, sonst, ich habe 300 Alu gestern gespielt, und heute 100 Alu, ich habe noch zwölf Pilze, habe quasi noch einen bekommen gerade eben, hatte nämlich gerade nur elf, das passt auf jeden Fall. Habe die Stadtwache schon mal drin, die geht nur 38 Minuten, damit ich sie verlängern kann, damit ich quasi die ganze Arbeit überbrücke mit der wunderbaren Stadtwache, das passt. Ich bin ganz glücklich, habe glaube ich drei oder vier Dungeon Keys bekommen, aber etwas auch geskillt, natürlich, weil sonst würde ich ein paar Quests verlieren, und ich habe mir diese Waffe gegönnt, den Rest habe ich komplett in die Gilde reingespendet, das sind jetzt hier 993 Gold, was eigentlich sehr wenig ist. Wenn ich jetzt Schilling sehe, der hat 2200, wieso hat der so viel? Weil der einfach mehr Dungeon Keys bekommen hat. Ich glaube, ich habe drei, zwei, drei, vier, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall zwei, drei, drei oder sowas an der Zahl bekommen, leider nicht ganz so viele, und heute einfach gar keinen. Ich habe null Dungeon Keys bekommen, richtig scheiße sowas. Ich kann auch nicht in den Dungeon reingehen, ihr seht ja schon, und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hoffe mal, dass morgen bei der 100 Alu auf jeden Fall ein paar mehr Dungeon Keys dabei sind, und dann möchte ich auch so langsam den mal einlösen, damit wir hier was machen können, auch im Dungeon. Hat schon jemand Dungeons betreten? Ja, Darkie hat beinert schon mal was betreten, schon drei Dungeon Etagen, und Schilling hat auch schon eine Dungeon Etage, sehr, sehr schön, das passt auf jeden Fall, und der Rest noch nicht. Ich werde, denke ich mal, noch mindestens eins spenden, und den Rest werde ich dann selber einlösen. Und mal gucken, vielleicht kriege ich aber bei 100 Alu noch mal morgen drei Stück oder sowas, das wäre natürlich sehr, sehr nice, aber nice. Wir müssen dran glauben, Leute. Mit Lucky Lars vielleicht. 100 Alu sind so schnell rum, das gibt es doch gar nicht. Leider, wie gesagt, keinen Dungeon Key bekommen. Tränkemäßig, ja, nur ein Ausdauertrank ist auch nicht ganz so geil. Ist ein bisschen blöd. Es läuft gerade nicht ganz so, wie am Schnürchen. Die Waffe ist ganz geil, die ich mir gekauft habe. Der Rest sonst soweit okay. Gildenmäßig, der Ausbau ist noch nicht ganz. Ich glaube, ich habe gehört, dass einige schon Vollausbau haben, wir leider nicht. Also nicht verwundern, was hier steht, das ist einfach nur, um die anderen Leute einfach einzuschüchtern. Der Lars, schüchtern gerne Menschen ein. Sonst ist alles okay. Wir haben den Lawson hier mit Level 10 am Start, der ganz, 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 ganz lange ohne Mount gespielt hat. Wieso? Weiß kein Mensch. Hat er aber gemacht. Sehr schön. Und die anderen Gilden sind auf jeden Fall auch gut am Start. Da kann man vorbeischauen. Ich glaube, wir sind zu dem Zeitpunkt hier sogar die schlechteste Gilde, leider. Aber das wird sich auf jeden Fall alles noch drehen und wenden. Später beim XP-Event werde ich auf jeden Fall alles hart, hart vergenussferkeln. Ich brauche 20 Pilze bis dann, Leute. Ich habe durchsperrt Barra, weil ich muss das ganze XP-Event natürlich daran gespielt, damit es gut XP gibt. Ist ja logisch, weil das Durchschnitts-Level ist das Ziel und umso mehr XP man hat beziehungsweise umso mehr Level ist es natürlich besser für die Gilde. Do you know what I mean? Also es passt. Um 15 Uhr gab es gestern noch ein paar Invites. Ein paar sind noch reingerutscht in die Gilde. Und ja, dann war es das von diesem Video, Leute. Wir haben kurz 35 Tagebuch uns angeschaut. Wir haben uns die Challenge angeschaut und ich denke nochmal, dass morgen dann wieder spezifisch ein extra Video kommt oder ich weiß nicht, wie ihr es haben möchtet. Am besten, ich bin gerade noch etwas Buff von den Arbeitszeiten und die Planung von den Videos ist noch nicht ganz so hundertprozentig so wie früher. Muss ich mir auf jeden Fall anschauen, wie ich es am besten mache. Sag dir lieber, nein, Lars, mach das so weiter. Ist okay, wenn du zwei Projekte in ein Video reinpackst, sag dir lieber, nein, Lars, bitte das Tagebuch und die Challenge aufteilen, damit das Ganze so passt. Okay, das war auf deinem Video. Wenn es euch gefallen hat, ist ein Daumen nach oben. Da ist dann ein Haufen super, dass da bei uns reingehen und bis zum nächsten Mal und tschüssi. Nice. Das war's. Das war's.